Hallo zusammen, ich bin's nochmal und zwar nochmal ein neueres Infovideo zum Thema Hallo zusammen, ich bin's nochmal mit einem neueres Infovideo zum Thema Was für Funktionen werden bei YouTube eingeschränkt aufgrund des neuen Partnerstatus Da war ich gestern ein bisschen vorschnell, aber man hat auch keine Infos gekriegt Jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeregt in der YouTube Community, also im offiziellen Forum Warum es da keine Infos gibt und es gibt tatsächlich Infos versteckt unten auf der Seite im englischsprachigen YouTube Hab ich nicht gefunden, ich such's da zwei Tagen, ich hab nichts davon gesehen, nicht gefunden Ich weiß nicht, ob ich zu blind war, ich hab da einen schönen Post abgesetzt, wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe Stimmt wohl nicht so ganz Ich hab jetzt aber genaue Informationen, welche Funktionen gelöscht werden und möchte euch die auch mitteilen Und für alle, die das Video davor gesehen haben, Entschuldigung, dass ich vielleicht welche verrückt gemacht habe Das wollte ich gar nicht machen, aber das war so der Stand, den ich hatte Und ich hatte wirklich Angst, wichtige Funktionen zu verlieren Das scheint jetzt eigentlich gar nicht so Also Monetarisierung ist aus, das ist klar, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten Aber das war ja gar nicht mal ein Problem Damit hab ich ja nichts am Hut, ich hab noch nie monetarisiert Also hab ich mit Monetarisierung erstmal kein Problem und nichts am Hut, dass die gestrichen wird Kommen wir zu den Karten, also zu den Infokarten Alle Leute können weiterhin Infokarten nutzen Schon mal ein guter Punkt Also auch Abstimmungen, die ich sehr gerne nutze, sind weiterhin möglich zu nutzen Man kann nur keine externen Links mehr reinsetzen Soweit ich das aber verstanden habe, ist dies dennoch für Leute möglich Die vor dem 20. Februar, also jetzt aufgrund dieser neuen Regelung Sozusagen aus dem Abo dieses neue Abosystem rausfliegen Für die ist es trotzdem noch möglich, externe Links zu klicken Da habe ich nämlich nicht hundertprozentig recht, da ich das nicht hundertprozentig verstanden habe Aber zu 99% ist es für die noch möglich, externe Links zu setzen Aber für neue Kanäle, die jetzt zum Beispiel in diesen neuen Modus noch gar nicht reinkommen Oder sich neu erstellen, ist es nicht möglich, externe Links zu nutzen Das heißt Links zu anderen Webseiten Ihr könnt aber weiterhin YouTuber zu verlinken Und ihr könnt wohl weiterhin auch auf jeden Fall Abstimmungen machen und so Das ist schon mal gut Creator Studio ist für alle drin, alle möglich, könnt alle das Creator Studio nutzen Custom URLs Ja, Custom URLs sind auch weiterhin für alle möglich, sind auch offen Custom Thumbnails, Thumbnails sind auch offen weiterhin für alle möglich Also ihr merkt schon viel Aufregung um nichts, aber YouTube, das war auch richtig scheiße kommuniziert Man kann nicht irgendwie was raushauen und dann auf der englischsprachigen Seite ganz unten was verlinken Also das ist ein bisschen wenig, auch wenn ich wieder überreagiert habe Manchmal bin ich etwas heissporig, möchte ich sagen Aber wenn man Angst um seinen Kanal hat, dass man sich über sechs Jahre aufgebaut hat Und dann auf einmal denkt, oh, jetzt kann ich nicht mehr weitermachen Und meine ganzen Sachen, die ich vorhabe Zum Beispiel, dass ich euch in die Videos einbinde und so Werden alle vermutlich nicht funktionieren Dann reagiert man mal über Ich entschuldige mich trotzdem dafür, dass ich dieses Video gestern gemacht habe Aber ich wusste es nicht besser Ich wusste es wirklich nicht besser Und ich hoffe, ich habe keinen von euch verrückt gemacht und schlechter Und für eine schlaflose Nacht gesorgt Das war wirklich nicht mein Ziel Wir kommen zu den Endcards Auch da gibt es gute Nachrichten Endscreens, Endcards Alle Leute können Endcards benutzen Jetzt muss ich nochmal genau nachlesen, ob es da Einschränkungen gibt Und es scheint wieder so zu sein, dass alle, die neu noch nicht im Partnerstatus sind Also die neue Kanäle haben und noch nie Partner waren Die können das nicht mehr nutzen, externe Links da reinzusetzen in die Endcards Können aber weiterhin Endcards nutzen Leute, die jetzt rausfliegen sozusagen zum 20. Die können Endcards nutzen Wahrscheinlich auch mit externen Links So habe ich das zumindest verstanden Und Ja, genau, das ist die Sache Und ich lese aber auch Zu Endscreens und zu den Cards Wollen sie nochmal was umstellen Zu den ganzen Systemen Das scheint wohl, da wollen sie nochmal dran arbeiten Wie sie das genau machen mit den externen Links Das habe ich, weiß ich jetzt nicht Ähm, da wollen sie aber nochmal dran arbeiten Aber soweit ich weiß Das Slogan möglichst externe Links reinzusetzen Zu, von, äh Ähm Für Leute, die jetzt Aufgrund des 20. Aufgrund der zu wenigen Abos und Zu wenige Review-Zeit rausfliegen Gut Livestreaming Für alle weiterhin möglich Livestreaming ist auch möglich Ähm Du musst du deinen Kanal halt verifiziert haben Das machst du einmal über eine Handy-Nummer Das ist aber nicht das Problem Dann ist Livestreaming möglich Shattering Uploads Das heißt Shattering Uploads Sind, äh Geplante Uploads Weiterhin möglich Super Weil sonst wäre Das wäre das größte Problem Wenn geplante Uploads Ich kann nicht immer da sein Um meine Videos zu uploaden Weiterhin möglich Alles gut Ähm YouTube Analytics Auch weiterhin möglich Ähm Du Viel Aufregung um nichts Da Schlechte Kommunikation Und Leute, die total überreagen wie ich Sorgen dann nicht dafür Dass das unbedingt besser wird YouTube Ähm Da muss ich mir an der eigenen Nase fassen Das war auch mein Fehler Aber Kommunikation Ist nicht die Stärke von YouTube Das wissen wir mittlerweile Und vielleicht sollte ich nächstes Mal auch ein bisschen Ähm Ähm Äh Ja Ein bisschen Gang zurückschalten Ja Wie gesagt Monetarisierungssachen Ähm Monetarisierungssachen sind weiterhin Sind Werden da nicht mehr möglich sein Und Super Chat Das weiß ich überhaupt nicht was es ist Kenne ich überhaupt nicht die Funktion von YouTube Denn Super Chat ist auch nicht möglich wohl Und äh Sponsor Chips Also das direkt über YouTube So Sponsoren Direkt über YouTube irgendwie das zu machen Das ist dann auch nicht möglich Das heißt Ähm Für Geld Leute die Geld verdienen wollen Mit einem kleinen Kanal Ist es sehr sehr schwer Aber Leute Unter 1000 Abonnenten Lohnt sich das auch nicht Damit Geld zu verdienen Ähm Da Muss ich euch Vor allem glauben Dass da man wirklich Geld verdienen kann Nein Das geht nicht Natürlich wenn du jetzt Mega viele Views hast Dann vielleicht Aber dann Hast du eigentlich auch ein paar Abus Also Ich fahr mal auf die Tankstelle Da könnt ihr hier mal aufhören Trotzdem Ja wie gesagt Das war es eigentlich Ich wollte euch jetzt nur nochmal informieren Ähm Ich hoffe ihr seid nicht sauer auf mich Aber soweit alles erstmal in Ordnung Ähm Ich wünsche euch Trotzdem noch einen wundervaren Tag Habt was Schönes Übrigens falls ihr im Hintergrund Geräusche hört Hier zieht gerade der Orkan durch Äh Ähm Bei mir Das ist ein bisschen laut Ich weiß nicht Jetzt geht Hättet ihr gerade zurück Aber vorhin hat das hier ganz schön Gepfeffert Oder ganz schön gewindet Bei hier Das ist Äh Heftig Aber Viel Wind um nichts Hab ich gemacht Ich hoffe ich konnte Alle eure Fragen klären Ähm Ich schicke den Link Zu der Seite Wo alles drauf steht Allerdings auf Englisch Nochmal rein Als Quelle Unten in die Beschreibung Ähm Ja Das wäre noch wichtig Jetzt aber endgültig Tschüss Ich erzähle wieder viel zu lange Macht's gut Und tschüss